So, wir befinden uns im Finale vom HDK 2015. Auf der einen Seite haben wir den Turben mit Clifford und auf der anderen Seite haben wir den Piran mit Shadol. Wir machen jetzt hier einfach noch ein paar Minuten. Sie sieht. Schlecht jetzt minus eins. Mana, lässt du dich pressen, pressen, ist noch nicht raus. Dann schlägt er immer noch. Ich bin die F-Wallniger. Ich bin die F-Wallniger. Ich bin die F-Wallniger. Ich bin die F-Wallniger. Und der kann... Der wird dran. Der war halt unbehandelt. Nicht unter, sondern unter, sondern unter. Der hat das W-Wallniger. Das muss der W-Wallniger. Das muss der W-Wallniger. Der hat Alexander Hulsch gespielt. Ich ziehe auch nicht. Ich ziehe auch nicht. Ich ziehe auch nicht. Ich ziehe auch nicht. Der hat das W-Wallniger. Der hat das W-Wallniger. Der hat das W-Wallniger. Der hat zwei Dante. Ich will ja nicht losfahren. Das ist nicht auch Vierer. Das ist so kumpelig. Ich glaube die Ultralare oder Hümerkommel. Ich glaube die Ultralare oder Hümerkommel. Ich glaube die Ultralare. Der hat das W-Wallniger. Der hat die 6. Der hat das W-Wallniger. Das ist das W-Wallniger. Ich habe den Drucker mit dem in die B-Ts. Die B-T-S. Die D-Masch. Guck mal. Der Blick von mir so. Ich spüre es. Ich spüre es. Ich spüre es. Ich spüre es. Der hat die Gns-B께. Der wird in die Gnschröcher. Der hat die Gnschröcher. Ich bin jetzt hier. Kannst du das ein P-T-S-Arpeller? Warum machst du das nicht? Ich darf es mal davor, das macht echt sinnvoll. Schneid uns raus. Tausch die Köpfe. Nein, du musst ein Pokal davor. Ich nehme ein Promo-Bike. Ich würde das sehen. Wir haben eine gute Idee zugestellt und wir sind so schon wieder in der Ausbildung. Magst du für einen Promo-Bike? War das so schlau? Nee, Promo-Bike. Ich glaube, ich würde den Pokal haben und jeden Tag ein Video, der so ein Foto davon schickt. Ein Jahr lang. Man weiß aber, dass der Pokal ein Wanderpokal wird. Das ist wirklich ein Wanderpokal. Also wenn du den Video, der jeden Tag ein Foto schickst, dann ja. In allen Positionen normalerweise. Sehr gut. Ein Wanderpokal. Ein Wanderpokal. Ein Wanderpokal. Ich würde nicht auf Schmutzleuchtwanderpokal. Ich habe mir vorher einen Wanderpokal. Ich habe mich schon ein Wanderpokal. Ich habe einen Schweiniger. Das ist also ein Wanderpokal. Das ist ein Wanderpokal. Das ist ein Wanderpokal. Ey, Stefan. Dein Foto sieht auch wohl geil aus. Auf jeden Fall. Klinge aber nicht, ich überlege. Kannst du mal zwei, vier? Wie kann man denn so schwul sein, wenn es für mich ist? Krass, oder? Ich hätte nicht mitbekommen, ich weiß nicht. Wie ist das? Wie ist das? Das geht mir eh scheißegal, ey. Wie ist das? Schmeiß weg den Scheiß. Ey, ich bin schon so süß, doch. Ich habe dir letztes Mal mit dem Kinniggelegen, ich habe den Kinniggelegen, das kann aber auch einfach etwas anderes sagen. Aber nee, heute mal die Angst jetzt nicht machen. Ich komme später noch im Ziel, das ist siebenmal. Oder könnt ihr sehen, wenn du fünf Stadern hast, das auch kann. Die Sechste nachziehst. Als andere Setten, jetzt denkst du auch noch nicht sie für... Sieben so kurz ich glaube. Ja. Ja. Ich bin auf Zerb. Entweder jetzt mit Kornner zu machen. Du meinst du zu deinem Hardcore-Fenzen, ne? Bis zum Ende. Einfach so richtig WTF-Bein. Warum? Sie sehen so aus, als ob die Gen-Poer. Denkung? Genau. Ne, ne. Was ist raus, wenn du damit? Das ist raus. Was ist diese Denkung? Denk seiner. Ja. So, da ist ein Pass aufzuhören. Penis. Ja, einfach ein Ding. Und die ist da einfach wieder oben. Ja. 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 Ich bin aufzuhören. Ich bin aufzuhören. Ich bin aufzuhören. Ich bin aufzuhören. Ein. Ja. Ja, das ist mit der Titan-Kapper. Turben mit dem Judson. Jetzt könnte ich Shadal Fusion ziehen. Nee, doch nicht. Ist die Video nicht toll? Noch eine der sieben? Nein. Das ist zu groß oder so. Das ist super, also. Ist das schon ein Kampf? Ja, ist das schon ein Kampf? Ja, ist das schon ein Kampf? Ist das jetzt markiert? Ja, ist das nicht. Ja, das ist ein Kampf. Ja, das ist ein Kampf. Sieht gut, oder? Was? Ich wollte noch gemäßig, jetzt. Das ist wirklich. Das hat ich mir noch nicht gemacht. Ich habe noch ein paar Stück in Deutsch. Fuck! Mein Name ist Turben. Mein Name ist Turben. Das ist ein bisschen schuld. Jetzt gibt es den Killerfest. Das ist sehr geil. Jetzt muss ich mir nur lieben. Ich kann uns spielen. Ich kann uns spielen. Mein Name ist tanklos. Das ist ein Impfstoff. Das ist ein Thema. Jetzt haben wir das aufgelöst. Ich muss schon mal klarbeiden. Da müssen wir uns klären, sonst was es hier ist. Soll ich passiert jetzt. Ich bin gerade so 08,1. Ich habe mich gut gemacht. Die Weitrausch gemacht. Spiel verdammt nochmal weiter. Die Finalisten abzulegen. Ja, mach jetzt Fehler wegen den Judges hier. Mann, dann bitte entfernen Sie sich. Ja, aber ich glaube, es ist Tome zu schlecht. Weil mich alle gerade verrückt machen, einfach. Tome ist halt zu schlecht. Ich glaube, es ist Tome ist Tome. 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 Ich glaube, es ist Tome ist Tome ist Tome ist Tome. Ich glaube, es ist Tome ist Tome. Tome ist Tome ist Tome. Ich glaube, es ist Tome ist Tome. Tome ist Tome ist Tome ist Tome. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.